Willkommen aus Franz Josef. Ja, das ist ein kleines Örtchen jetzt hier in dem wir sind für zwei, drei Tage. Mal sehen. Ja, und wir machen morgen die Gletschertour, dann fliegen wir mit einem Heli auf den Mountain, den ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, wenn das denn der Mountain ist, ich habe keine Ahnung, alles gesagt, da hinten mit dem Schnee drauf, hat sie gemeint. Oder da oben, da ist nämlich auch in der Mitte. Ist ja egal. Auf irgendein Gletscherhof. Hier gibt es sowieso, glaube ich, acht Gletscher in der Nähe. Ja, irgendwie sowas. Und ja, dann machen wir eine Gletschertour, drei Stunden walken und den Rest. Ja, die Stadt ist ganz schön, aber halt klein. Das heißt, wir haben heute wahrscheinlich schon alles abgedeckt. Aber es gibt noch voll viele Walks, die man hier so machen kann, die bestimmt gut dran schön sind, weil es hier allgemein so ein bisschen... Herr Schöpf, Sie können. Okay, sorry. Ein bisschen bergig ist schon ein bisschen... Na ja, und was du sonst so da noch treibend mit der Erde? Ja. Ja. Haut rein. Da vorne ist eine Röhre. Müssen wir da jetzt durch? Ja. Müssen wir da jetzt durch? Ja. Müssen wir da jetzt durch? Ich glaube... Ah, nee, doch nicht. Aber da ist no safe access beyond this point. Verarsch mich nicht. Was ist das für ein scheiß Walkway? Na gut, also, wir haben uns gerade entschlossen, noch eine halbe Stunde Walkway zu machen, aber... Hä? Wir haben jetzt beide Flipflops an. Und ich glaube nicht, dass es dann so die gute Idee ist. Hä? Können wir irgendwo abbiegen oder so? Was soll denn der jetzt? Hä? Oder wir machen es einfach. Bis dann. Seht ihr dann. Wo soll es hier bitte lang gehen? Gut. Also, ich glaube, den Walkway vergessen wir dann für heute. Und wir suchen uns eine andere Stelle zum Fachgesimpel drin, oder? Ja. Oder wir gehen da hoch und drehen es da. Einfach so mittel im Ball. Aber das sind die Wallbäume und hier hinten wäre ein geiler Berg. Das sähe schon fetter aus. Also such mir nach dem Berg. Ciao. Wir haben jetzt hier gerade eine Hunde Fachgesimpel aufgenommen und hier ist einfach... Ich zeig euch das mal kurz. Und hier ist einfach so ultra schön und so richtig cooler Sand und so. Ich weiß gar nicht. Und... Das Wasser ist halt so richtig ein bisschen Gletscherwasser. Das sieht richtig cool aus so. Ist überarschkalt. Aber geil, ja. Super. Das ist ja gerade ein LKW da. Also wir machen jetzt eine Gletschertour. Ja. Also wir laufen jetzt gerade zu unserem Helikopter. Haben schon hier fächer Klamotten bekommen. Und sie legen dann kurz auf den Gletscherhof und dann laufen wir da. Ja. Hardy, ciao. Da. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.